willkommen zu einem weiteren test video hier auf meinem kanal ja ein weiteres kleines test video mit einer kleinen oder kleinstfontäne aus vergangenen tagen und zwar die komet skyflower aus der classic line viele viele von euch werden diese schöne kleine fontäne noch kennen denn die war in vielen sortimenten und fontänenbeuteln erhältlich ja eine richtig schöne kleine gold fontäne mit silbernen sternen auf der fontäne selber steht zwar noch 1000 silbertaler fontäne das finde ich aber komplett übertrieben denn sie hat jetzt nicht so die extremen blinksterne wie sie wie sie wirklich aus der 1000 silbertaler kennen das hat sie nicht aber sie hatten schönen enormen ausstoß für die größe in gold sehr schön mit weißen blinkern oder sag ich mal mit weißen stern ja alte bump p2 nummer noch keine nm angabe und von dort her gesehen weit vor 2010 ich wünsche euch viel spaß mit der doch sehr bekannten komet skyflower abone ol Vielen Dank.